ein schicker losi 2.0 auf e also auf elektro umgebaut das haben wir drinnen einen umgelabelten quickrun regler ein 10 shock motor mit 2100 kv, das ist der kurze, einen schönen 40er lüfter drauf und ansonsten ist das das e umbauset was von losi ist immer noch ein kunststoff hz dran gute alte a servo tut immer noch seinen dienst ist auch nicht langsam und stark genug fahre ich mit dem 18er ritzel an 4s und ja soll ich sagen oldschool die karre aber macht spaß fahre ich wie immer mit meiner sanwa mx 6 funke spitzen crawler so Untertitelung des ZDF, 2020 Muss abkönnen! Muss abkönnen! Muss abkönnen!